Ja, jetzt zeige ich euch, wie man diese beiden Missionen innerhalb von drei Runden ganz einfach schaffen kann. Nutze in verschiedenen Matches eine Seilrutsche und durchsuche eine Truhe an verschiedenen benannten Orten. Dann machen wir jetzt auch mal auf die Schnelle. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator-Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Items-Shop, sofort U-Gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bug drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem... Es gibt zwei Möglichkeiten, wo man das sehr, 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 sehr gut machen kann. Superschnell eigentlich. Ja, der eine Spot ist hier unten bei Happy Hamlet. Der andere Spot ist hier bei Lonely Lodge. Normalerweise hast du hier eine Seilrutsche. Die geht hier hoch auf den Berg, das ist super gut. Und du hast bei Happy Hamlet eine Seilrutsche. Die geht hier auf diesen Berg hoch. Also wir haben eigentlich diese zwei Möglichkeiten. Da Lonely Lodge jetzt ziemlich gut auf unserer Seite ist, werde ich diese Möglichkeit euch als erstes zeigen. Normalerweise ist sogar hier direkt bei der Seilrutsche eine Truhe. Ich zoome mal hier ran. Hier gibt es diese Seilrutsche, die geht hier rüber. Ihr könnt es auch andersrum machen. Ihr könnt auch erst auf dem Berg landen, da oben zum Beispiel. Und dann in Lonely Lodge euch die Truhe holen. Das ist auch eine Möglichkeit. Das machen wir jetzt auch sogar so. Dann ist es nämlich einfacher. Dann haben wir das mit der Seilrutsche schon mal hinter uns. Hier ist die eine Seilrutsche. So, benutze eine Seilrutsche. Und da oben ist dann auch schon die Truhe. Die Frage ist, ob die schon mit dazu zählt. Als benannte Ort. Jawohl. Und so einfach könnt ihr. Das ist perfekt. Jetzt landen wir bei Happy Hamlet. Nehmen uns da unten eine Seilrutsche. Die hier hoch führt. Wir werden uns hier eins dieser Häuser aussuchen. Dritte Möglichkeit wäre Pleasant. Dann müsste man hier hoch auf den Berg und da eine Seilrutsche benutzen. Aber ich persönlich wäre auch... Ja, wobei es wäre auch eine Möglichkeit, wenn man zuerst die Seilrutsche benutzt, danach Pleasant runter geht, sich dort eine Truhe holt. Ich zeige euch jetzt aber erstmal diese Möglichkeit hier unten bei Happy Hamlet. Die ist nämlich meiner Meinung nach deutlich viel schneller. Nun, da ist sogar schon gleich die Zone da unten. So, wir fliegen jetzt nach Happy Hamlet. Und holen uns dort Seilrutsche Nummer 2 und Truhe Nummer 2. Was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, ist Frosty Flights. Auch das ist eine gute Möglichkeit. Hier können wir direkt schon an der Seilrutsche landen. Dann brauchen wir nur noch eine Truhe zu holen und haben es gepackt. So, direkt an die Seilrutsche kurz. So, damit haben wir die Seilrutsche. Jetzt brauchen wir nur noch eine Truhe zu holen irgendwo. Hier höre ich schon eine. Ich glaube, ist die unter mir oder über mir? Da ist sie. Das ist die nächste Truhe. Bam! So, Möglichkeit Nummer 3 oder auch 4 wäre jetzt hier eben Pleasant Park, diese Seilrutsche zu benutzen. Man könnte auch nach Junk Junction fliegen. Oder wir nehmen hier bei Frosty Flights uns einfach was vor. Ich nehme jetzt hier diese Pleasant Park Rutsche. Werd mir dort irgendwo eine Truhe dann holen. So, wir gucken jetzt mal, welche. Wir könnten natürlich auch zu The Block. Wir müssen ja nur eine Seilrutsche mal ausprobieren. So, da zum Beispiel gibt es diese geile Seilrutsche zu The Block. Und da werden wir mit Sicherheit auch direkt dort bei The Block. Und dann eine Truhe finden. Geht jetzt direkt hier runter. Einmal an die ran. Und dann fliegen wir hier irgendwo hin und werden hier bei The Block mit Sicherheit irgendwo eine. Ich höre hier schon Truhen. Also immer zuerst an die Seilrutsche ran. Und dann sich die Truhe gönnen. So, und damit haben wir das auch geschafft. Und dann sage ich, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben. Da schreibt was in die Kommentare. Aboniert den Kanal. Und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite-Tipps und Tricks mit mir, dem wir gleich schauen. Macht's gut, bis dann und tschüss. Ja, damit haben wir diese Gegenstände hier auf einen Schlag. Oh. Oh. Ist natürlich geil. Gleich noch hier weiter nach oben. Seilrutsche. Das mit den Truhen haben wir auch geschafft. Jetzt gucken wir mal, was sind die nächsten Herausforderungen.